Oh, zu diesem Panorama darf ich heute Morgen wach werden. Wir erkennen hier sogar gepulste, gepulste Kondensstreifen. Und dieses Video widme ich dem Herrn Ralf Urban, der auf meiner Seite so dermaßen aggressiv und widerlich wiederum gewütet hatte. Interessanterweise hat er in seinem Profilbild ein No-Hate-Foto. Kein Hass. Kein Hass auf die Fahne geschrieben, aber er kotzt den ganzen Tag nur Hass. Er sagt, ich würde nie was belegen. Natürlich kann ich nichts belegen. Ich fotografiere, ich stelle Fragen. Und in dem Zusammenhang beobachte ich auch, wie so Leute wie Ralf Urban dann so aggressiv werden. Und wie so ein cooles Image um sich herum aufbauen, das No-Hate heißt. Das erinnert mich doch an die ganzen Kinderverführer, die mit der Schokolade im Wald stehen und sich als Clown verkleidet haben. Nicht wahr?